Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zur nächsten Station unserer Orgel Rätselreise im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach. Heute stelle ich Ihnen diese Orgel vor. Orgel sind wie Menschen, jedes Instrument ist einzigartig, aber dieses Exemplar ist wirklich besonders. Warum? Das zeige ich Ihnen gleich. Jetzt die Auflösung vom letzten Mal. Wir waren in Hermannstein. Wir befinden uns im Inneren der Orgel und sehen Rohr aus Blei, die die Verbindung zwischen Tasten und Pfeifen darstellen. In meisten Orgel ist diese Verbindung mechanisch aus Holzleisten. In diesem Fall ist das die Luft, die in den Rohren ist und das Ventil öffnet, damit die Pfeife erklingen kann. Diese Orgel ist mit zwei Manualen ausgestattet für die Hände und ein Pedal für die Füße. Mit den Registern kann ich unterschiedliche Klänge auswählen. Und auf dem zweiten Manual habe ich gerade zwei Register ausgewählt, die ermöglichen etwas Geheimnisvolles, Schwebendes zu spielen. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, dass es hier viele andere Knöpfe gibt. Sie sind so was wie eine Fertigmischung für die Klänge. Ich muss nicht alles mit dem Register machen, sondern kann schon einen Knopf drücken und eine vorgefertigte Klangmischung haben. Das Besondere hier ist, dass wir Mischungen haben, die heißen nicht laut leise wie bei anderen, sondern hell, halb dunkel und dunkel. Eine weitere Besonderheit dieser Orgel ist die sogenannte Walze. Durch das Drehen kann ich alle Register nacheinander dazuschalten. Wenn Sie wissen, wo die Orgel steht, schreibt Sie Ihre Antwort auf diese Adresse. Ich verabschiede mich ganz herzlich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie musikalisch!